hallo leute willkommen zu einem neuen video und heute mache ich ein video von heraldball 2 das ist schon der vierte teil mittlerweile ich habe ja im letzten video gesagt im nächsten video starten wir mit dieser karte und das mache ich jetzt auch und wir öffnen mal einfach diese karte also dieses paket keine ahnung etwa gewöhnlich zweimal dreimal viermal oder ist neu glaube ich noch einmal noch einmal noch einmal legendäres ne schuh ne schuh ne schuh und ne schuh komm ich glaube hier kann man so neue skins bekommen keine ahnung was das ist ich habe ja letztes video gegen den gewonnen deswegen geht das jetzt weiter nein wir sind gleiches level oh mein gott sehr schön abgewehrt ich habe direkt meinen joker eingesetzt nein nein ja oh mein gott er ist rausgekommen komm der wird schön hoho ja nein doch nicht bam nee kein bam komm nein 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 zack doch kein zack komm der nein zack nein oh mein gott nein wenn er jetzt ein tor macht ey das kann nein muss ein tor schießen ich muss ein tor schießen zack ich gehe zack er zieht drauf komm bleib da der ist drin ja man vielleicht wird es ein unentschieden oder so nein nein ey das kann nicht okay leute wir haben verkackt ach egal jungen zack ich bin jetzt auf jeden Fall von der runde rausgekommen und ich habe mir mal so gedacht das sind ja solche Ausrufezeichen oder wie das heißt ne das nicht das mache ich im nächsten Video oder jetzt nochmal sowas wo ich hier was ich glaube ich kann hier was machen ja ja lass mich ja dann tschüss für 500 Dollar kann ich das ja hab ich 500 Dollar ja Stufe 2 ja toll was wenn ich jetzt Stufe 2 bin Plus was kann ich mit Plus machen also ich habe so Schuhe ne ich habe auch keine Schuhe aber ich kann so meine Skin umwenden und höchst wahrscheinlich habe ich noch 1000 ja ich habe noch 1000 Geld und jetzt sieht immer noch gleich aus ah der Stärke Tempo Sprung ah Sprung wäre schön ja ich habe immer noch 1000 500 viel Geld habe ich Stufe 4 ich habe noch 2000 ja mal ja und ich würde mal sagen das war es mit dem Video und ja dann tschüss bis zum nächsten Video und